Servus, heute gehen wir auf die Reißerhelden und da fangen wir gleich mal an mit Brutus. Ja, Brutus war ziemlich schwierig zu finden mit 30er Item und 9 von 9. Ich habe es getestet. Und ja, also es lohnt sich schon, aber da man Brutus eher selten spielt, ist meine persönliche Empfehlung ein 10er Item und maximal 3 von 9. Also mehr braucht man für ihn einfach nicht, weil meist nimmt man ihn nur um irgendwas kurz abzufangen und von daher das mehr lohnt sich bei Brutus einfach nicht. Also in meinen Augen meine persönliche Meinung. Ich spiele ihn gern mit Kelch, dadurch hält er noch ein kleines bisschen mehr ab bevor er in sein Schild geht. Ja, dann haben wir eigentlich schon Brutus weg, weil man spielt ihn halt einfach nicht wirklich. Kasus ist meine persönliche Empfehlung, 20er Item und 3 von 9 und ich persönlich spiele ihn gern mit Klinge und Gnade und manchmal auch mit Auge. Es kommt ja ganz darauf an, wie die Gegner im Turm stehen. Kasus an sich spielt man leider nicht wirklich sehr sehr oft, aber ja, also der Unterschied von 10 auf 20, den merkt man auf jeden Fall bei Kasus und 3 von 9 merkt man dann auch nochmal, dass er ein kleines bisschen mehr Damage macht. Wurg, Wurg ist ein richtig krasser Held, also meine persönliche Empfehlung für ihn ist 30er Item und 3 von 9. Wenn man das noch ausgeben will, kann man ihn nur gerne auf 9 von 9 ziehen, macht man auf jeden Fall nichts verkehrt. Aber ja, also 30er Item, 3 von 9 reicht vollkommen zu. Die Leitversion davon wäre dann halt 20er Item und 3 von 9, damit kann man ihn eigentlich auch optimal nutzen. Weil, ja, so oft spielt man ihn jetzt im Fraktionsturm nicht wirklich, deswegen reicht das eigentlich schon zu. Also 20er Item, 3 von 9. Artefakttechnisch macht sich eigentlich Auge ganz gut bei ihm, wenn man das auf 5 Sterne hat. Ansonsten würde ich ihm Ruf geben, damit er halt schnell in seine Ulti kommt und die Gegner davon abhält, weiter zu kämpfen und vergiftet halt. Numizu kann man das Hotel getrost ignorieren, meiner Meinung nach. Und ja, ein 10er Item reicht bei ihm vollkommen zu. Das ist so ein richtiger, ja, man spielt ihn wirklich oft, aber trotzdem es reicht vollkommen zu, wenn er ein 10er Item hat. Und ja, wie gesagt, Hotel kann man komplett ignorieren. Ein paar Goldmöbel rein, reicht vollkommen zu bei ihm. Mehr muss man da nicht machen. Und, ähm, Artefakttechnisch, ich spiele ihn gerne mit Ruf. Ja, ansonsten, ja, kann man zu Numizu eigentlich nicht wirklich viel sagen. Ähm, Scrag. Das kommt jetzt ganz drauf an. Ähm, also er ist ja im Turm wirklich einer der, ja, Top-Helden, den man da eigentlich immer spielt im Turm. Ähm, die Light-Version für den Turm wäre 20er Item 3 von 9. Und wenn man den jetzt noch im PvP spielen will, dann 30er Item 9 von 9. Und dann geht der auch im Turm richtig ab. Also, Wahnsinn. Der ist ja fast nur am Ulten und, ja, macht übel Bock mit ihm. Ähm, ich habe ihn leider noch nicht so weit. Aber kommt demnächst auch ein 30er Item drauf. Und, ja. Achso, ähm, Artefakt. Ich spiele ihn gerne mit Kelch. Und ab und zu auch mal mit Auge. Ähm, mögliche, andere mögliche Artefakte wären noch, ähm, Barrikade. Also das, äh, Tank Relikt das erste. Und das zweite Tank Relikt. Damit macht man auch nichts verkehrt. Äh, Ruf wäre natürlich auch noch eine Alternative. Wenn ihr ihn mit 20er Item und 3 von 9 spielt, dann lieber Ruf drauf. Und wenn ihr dann 30er Item habt mit 9 von 9. Oder ein 30er Item mit 3 von 9 geht auch. Dann würde ich eher schon von, äh, Ruf abraten. Und würde vielleicht noch ein Auge drauf ziehen. Oder, ja, den Kelch oder die zwei Tank Relikte. Beziehungsweise eins von den beiden. Ähm, Warrik. Warrik nutzt man ja jetzt doch oft im, äh, verdrehten Reich. Aber, ja, sein Hotel kann man auf jeden Fall komplett ignorieren. Das macht nicht wirklich viel aus. Also auch wenn der Effekt gut dasteht. Aber den Schaden den er macht ist, äh, ja, nicht wirklich nennenswert. Von daher lohnt es sich einfach nicht. Und, äh, ja. Kann man komplett nur mit Goldmöbel füllen. Reicht vollkommen zu. Also da muss man keinen 3 von 9 oder 9 von 9 machen. Itemtechnisch reicht ein 10er Item vollkommen zu bei ihm. Alles andere wäre in meinen Augen Verschwendung. Äh, macht jetzt auch nicht wirklich den wahnsinnigen Unterschied. Er spielt, ähm, Artefakte im verdrehten Reich. Gerne mit Auge, Klinge oder, äh, Gnade. Im Turm nutzt man ihn ja doch recht selten. Aber, ja, trotzdem, wie gesagt, reicht vollkommen zu bei ihm. An Tantra spielt man leider überhaupt nicht. Ich warte ja noch drauf, dass für sie mal ein Reverb kommt. Ähm, ich hatte sie mit 30er Item und 9 von 9. Und 30er Item 3 von 9. Hatte ich sie auch mit 20er Item 3 von 9 und 9 von 9. Ja, also sie geht schon wirklich heftigst ab. Aber, ja, sie stirbt halt leider auch sehr, sehr schnell. Meine persönliche Empfehlung ist bei ihr, ja, eigentlich kann man sie komplett ignorieren. Also ich würde sie maximal 10er Item spendieren. Aber ansonsten kann man sie wirklich ganz getrost erstmal beiseite legen. Ähm, falls man sie wirklich spielen würde, äh, 20er Item 3 von 9 macht sich im Turm ganz gut. Und Artefakttechnisch auf jeden Fall ein Auge oder Klinge. Ja, so kann man sie ganz gut spielen. Aber wie gesagt, theoretisch kann man sie komplett ignorieren. Saphir. Ähm, wenn man sie wirklich im Boost-Modus spielen würde, 30er Item 3 von 9. 9 von 9 wäre optimal. Macht aber nicht allzu viel Unterschied, also vom Damage her. Weil, man muss sehen, bei den Reißern ist es halt leider so. Die, entweder gewinnen sie oder, ja, sie sterben halt alle recht schnell. Und, ähm, ja. Ja, also wie gesagt, ein 30er Item kann man machen. Muss man jetzt nicht. 20er Item 3 von 9 reicht vollkommen zu. Wäre auch meine persönliche Empfehlung. Und, ähm, ja, alles was drüber ist, wäre dann sozusagen Bonus. Ähm, ich habe sie früher immer gerne mit Ruf und mit Klinge gespielt. Ähm, wenn ihr das neue Magier-Relikt habt, möglichst auch vielleicht sogar 3 Sterne oder 4 Sterne, dann spielt das auf ihr. Im Turm ist es immer ein bisschen unterschiedlich. Genauso wie im Feldzug. Wenn sie nicht schnell genug ultert, dann natürlich Proof drauf, ne. Satrana ist ein richtig... Ja, ist ein richtiges Biest. Heh, total unterschätzt. Und leider spielt man sie auch wirklich eher selten. Ich hatte sie auch mit 30er Item. 9 von 9 hatte so ein bisschen mein Spaß mit ihr. Aber, ja, der Weg ist wirklich sehr, sehr lang mit ihr. Wenn man die Lite-Version unbedingt spielen will, dann ein 20er Item mit 3 von 9 reicht bei ihr eigentlich aus. Ich hatte sie einmal mit Ruf, einmal mit Auge. Und, ja, das hat echt Spaß gemacht. Aber so wirklich spielen tut man sie eigentlich im Reißerturm eher selten. Eigentlich fast nie. Ja, muss jeder selber wissen. Also theoretisch gesehen kann man sie auch komplett ignorieren. Erstmal. Vielleicht wird sie ja nochmal gebufft, dann wird sie auf jeden Fall richtig heftig. Ähm, Tidus. Meine persönliche Empfehlung zu ihm wäre ein 20er Item mit 3 von 9. Das reicht bei ihm eigentlich vollkommen zu. Weil er ist so ein bisschen, ja, so ein bisschen wie Tane. Manchmal fängt er an richtig zu ragen. Dann geht er ab. Dann dreht er da voll am Rad. Und, ja, manchmal beginnt die Runde und er stirbt als erstes. Aber trotzdem ist ein sehr, sehr wichtiger Held. Gerade im Fraktionsturm. Von daher, äh, 20er Item 3 von 9. Macht ihr auf jeden Fall nichts verkehrt mit. Und, ähm, meine Lieblings-Artefakte auf ihm sind Gnade und Auge. Dress ist ja ein kleines bisschen, ja, noch ein bisschen neu unterschätzt. Macht doch echt Spaß und macht doch wirklich viel Damage. Wird aber im Reißerturm eher sehr, sehr wenig gespielt bis fast gar nicht. Ähm, und das obwohl er eigentlich schon so lange draußen ist. Ähm, ja, kann man vom Prinzip ignorieren. Wenn man ihn wirklich spielen möchte, würde ich ihm auf jeden Fall ein 20er Item mit 3 von 9 geben. Und Klinge macht auf ihm richtig Bock. Ähm, ja, da man, also es gibt so eine neue Formation mit ihm, äh, die man ganz gut im Feldzug und im, äh, PvP auch mitspielen kann. Oder im Turm. Und, ja. Nur mal kurz so eingeschnitten. Ähm, 10er Item 3 von 9 reicht bei ihm vollkommen zu. Artefakttechnisch bei mir definitiv Ruf. Oder wenn ihr Auge auf 5 Sterne habt, geht das auch voll klar. Anoki ist ein wirklich heftiger Tank. Ich finde ihn echt cool. Vom Prinzip könnte man sagen, 30er Item, 9 von 9. Aber man spielt ihn leider wirklich zu wenig. Es gibt so manchmal Situationen, äh, weiß ich nicht, da hängt er irgendwie alles. Und dann ist wieder so, naja, dann ist er wieder so der Erste, der stirbt. Also, äh, ist ein bisschen tricky bei ihm. Vom Prinzip kann man ihn ignorieren. Wenn man eine gute Alternative dazu finden möchte zu ihm, wäre ein 20er Item mit 3 von 9. Ganz gut. Und auf jeden Fall Kelch oder irgendein anderes Tank Relikt. Ich glaube Barrikade und das andere weiß ich gerade nicht wie es heißt. Ähm, Gren. Komm jetzt erst neu rein. Ist auf jeden Fall ein Held, äh, der sich mit 30er Item und 3 von 9 ganz gut spielen lässt. Mir fehlen allerdings leider noch ein bisschen die Daten zu ihm. Ich hatte ihn bis jetzt wirklich nur mit 30er Item und 3 von 9 aus der Testversion. Ähm, das ließ sich wirklich sehr gut spielen. Ähm, sowohl im Nebeltal als auch im Reißerturm. Und, ja, wie man da jetzt die Light Version bauen könnte, wäre wahrscheinlich 20er Item 3 von 9. Wäre so mein Ding. Artefakt, Artefakttechnisch würde ich ihm glaube ich Auge geben oder Klinge. Oder vielleicht sogar das Ranger Relikt. Müsste man mal probieren. Ich habe ihn leider noch nicht. Und, ähm, die die ihn haben, die waren leider schon vergeben. Konnte ich mir leider nicht leihen. So, dann sind wir mit den Reißern schon wieder durch. Dann, ja, würde ich mich wieder mal verabschieden. Wünsche euch noch einen angenehmen Tag, Abend, wie auch immer. Und, ja, ciao, ciao.